Zur Konjunkturpressekonferenz zum zweiten Quartal 2021 lud die IHK Halle Dessau am 21. Juli an ihren Sitz in der Franke Straße in Halle ein. Fazit der teilweise in Präsenz und teilweise online abgehaltenen Veranstaltung war, dass die Wirtschaft im südlichen Sachsen-Anhalt sich spürbar erholt hat. Dies belege die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK. Der Geschäftsklimaindex springt stark nach oben und liegt nun bei 19,4 Punkten. In diesem Wert sind positive und negative Einschätzungen zur aktuellen Lage und zur Perspektive gegeneinander gerechnet. Erstmals seit zwei Jahren überwiegt beim Blick nach vorne Optimismus wieder. Deutlich mehr Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt blicken eher zuversichtlich als sorgenvoll auf die kommenden Monate. In allen Branchengruppen zeige der Daumen klar nach oben, resumiert der IHK-Konjunkturexperte Dani Bieräugel, die repräsentative Umfrage. Rund 600 regionale Unternehmen hatten sich daran beteiligt. Vor allem Handel und Dienstleistungswirtschaft, die in der Pandemie teilweise stark gebeutelt wurden, meldeten jetzt endlich wieder bessere Geschäfte. Anderswo zeigten sich hinterher schon negative Folgewirkungen der Krise. Die schnell angestiegene Nachfrage überfordert die im Lockdown reduzierten Kapazitäten bei Produktion und Transport. Es komme zu Engpässen und steigenden Preisen bei Rohstoffen wie bei Vorprodukten. Auf dem Bau, in der Industrie und der Logistikbranche fehle zudem das Fachpersonal. IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Thomas Bockmeier warnte, die Krise sei keinesfalls abgehakt. Der lange Lockdown habe die betroffenen Branchen strukturell geschwächt. Nicht wenige Unternehmen hätten noch finanzielle Probleme und Existenzsorgen. Wichtig sei jetzt, abermalige Schließungen unbedingt zu vermeiden. Der Kampf gegen die vierte Welle beginne genau jetzt. Die Ausstattung in Gesundheitsämtern und Schulen gilt es zu verbessern und weiter für Impfungen zu werben.